Liebe Freunde, wir wissen euch jetzt schon ab diesem Aufblick nichts zu spoilern. Willkommen zu einer neuen Social Movie Night und dieses Mal zu 10 Cloverfield Lane, dem neuen Suspense Thriller von J.J. Abrams. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Film und darf wieder einen tollen Co-Host an meiner Seite begrüßen, Phil, besser gesagt, Mr. Trashpack. Ja, Robert, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Wie immer, es ist mir eine Riesenfreude und ich glaube, die Leute werden noch richtig Spaß haben heute. Mann, ey, immer... Mann. Patrice ist einfach voll im Einsatz. 440 Leute warten draußen, wir öffnen jetzt die Tore. Ganz viel Spaß beim Video zur Social Movie Night zu 10 Cloverfield Lane. Heute muss man wirklich auf alles vorbereitet sein. Sie brauchen eine Taschenlampe, Kleidung, ein Erste-Hilfe-Paket, einen Diesel-Generator, eine verlässliche Wasserquelle, Dosen-Nahrung für drei Jahre, eine Gasmaske und einen befestigten Beton-Bunker mindestens zweieinhalb Meter unter der Erde. Aber letztlich gibt es Dinge, auf die Sie sich nicht vorbereiten können. 10 Cloverfield Lane, eine erneute Social Movie Night und einer muss da hier für Ordnung sorgen. Der Kamerammer ist jetzt weg. 460, die sind von 800 glaube ich. Weiter geht's zur nächsten Station. Riegelwärmung. Wir bleiben bei 0. Ich würde den Druck hier nicht erhöhen, aber 0. Du hast dich persönlich, aber 0. Würfel, deine Persönlichkeit. Alle deine Würfel zusammengenommen, ähm, 0. Es gab einen Angriff. Ein schwerwiegenden. Aber hier unten sind wir davor geschützt. Hallo, Herzlich willkommen zur Social Movie Night. Ihr habt schon 25 Minuten gesehen von diesem Film. Ja, zusammen 50. Die 25 Minuten, die wir gesehen haben, die waren einfach unglaublich spannend. Und das ist, was ich mir bei den Filmen erhoffe. Und was ich schauspielerisch sehen konnte, war unglaublich auf einem tollen Level. Und ich kann mir trotzdem nicht zusammenpuzzeln, wie das jetzt alles genau zusammengehört. Ist Goodman ein guter oder ein Batman? Stellst du jetzt nur irgendwelche Spoiler-Fragen? Und jetzt wünsche ich euch im Namen von Paramount Pictures natürlich Riesenspaß mit Ten Clubberfield Lane. Irgendetwas kommt. Ich hatte Spaß. Die große Aufgabe, wie hat er dir gefallen und dabei nicht spoilern? Ja, äh, aus diesem, solche Filme, so ein, seit man so ein, so ein, so was. Siehst du, und jetzt können wir wieder den Ton einsetzen, weil die ganze Zeit hat er gespoilert. Oh. War das nicht die schönste Romantic Comedy, die du je gesehen hast? Psycho-Thriller, Kammerspiel, mehr oder weniger. Also Bunkerspiel. Meine erste Reaktion nach dem Film war einfach erstmal, hä? Bis zum Ende hätte alles passieren können. Das Ende war jetzt noch überraschender, als ich dachte. Weil ich wirklich, man wurde ja wirklich von Szene zu Szene immer zu einem anderen Punkt hingeführt. Ey, wirklich, der Film hat mich jetzt umgehauen. Also richtig, auch John Goodman. Alter, was ist das für ein Brett? Wow! Jeder, der euch spoilern will, haut den auf die Fresse, das haben sie verdient. Das ist wirklich so ein Film, weißt du, da gehst du rein, hast null Plan und denkst dir am Ende nur, boom, geil. Wird es spannend, wird es nicht spannend, aber fuck, es wird so spannend. Hast du dich einmal erschreckt? Einmal. Ten Cleverfield Lane habe ich gehofft, dass der Film das schafft, was der Trailer zeigt und das macht er. Er ist spannend, von Anfang bis Ende, das muss ein Thriller in erster Linie können und vor allem ist er unvorhersehbar. Und wenn etwas passieren kann, kann sich sehr schnell Dinge ändern, Dinge kippen. Aber was er hat, ist ein gut geschriebenes Drehbuch und vor allem so starke Hauptdarsteller und die Möglichkeit, so sehr zu kippen, wie es sich viele Filme in die trauen würden und dennoch das alles unter einen Rahmen zu bringen, sodass du sagst, okay, habe ich nicht mit gerechnet und er ist trotzdem verdammt gut geworden. Ha, was habe ich gespoilert? Ich glaube nichts. Ja, okay, aber du... Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Ich habe wieder große Freude gemacht. Dankeschön. Am Ende gibt es übrigens *** und der ist pervers. 10 Cloverfield Lane. Ab 31. März im Kino.